Subway to Sally Hallo Freunde, hier ist Erik Fesch von Subway to Sally. Willkommen auf EMP.de. Ich werde jetzt hier ein wenig marktschreierisch unser neues Produkt anpreisen, aber dem Produkt angemessen ist nur ein richtiges Marktbeschrei. Mit Gift erscheint am 14.03. und ist so unfassbar gut, dass man es einfach besitzen muss. Das heißt noch Untertitel Mördergeschichten, weil wir uns elf wahrhaftig passierte Verbrechen aus fünf Jahrhunderten genommen haben und diese vertont haben. Diese Verbrechen sind zum Teil unfassbar und genauso unfassbar als die Musik, die uns dazu eingefallen ist. Ich bin sehr, 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 sehr stolz auf dieses Album und bin sicher, dass jemand, der es hört, es irgendwie total reingehen wird und ihn nicht mehr loslassen wird. Nur hier auf EMP.de übrigens gibt es, wenn ihr die Limited Fan Edition kauft, bei der sowieso unheimlich viel Bonusmaterial dabei ist, zum Beispiel ein Live-Mitschnitt des Summer Breeze Konzertes 2012, der Videoclip von Schwarzer Seide, Hintergrundinformationen zur Produktion, zur Artwork-Produktion, dazu noch ein extra Booklet mit den Hintergründen über die Verbrechen, die Akte mit Gift nämlich, wo auch Interviews, Video-Interviews mit einer Forensikerin, mit Lüder Bennecke zu finden sind, die über QR-Codes zu erreichen sind. All das gibt es natürlich sowieso, aber nur hier auf EMP.de gibt es noch einen extra Schmankel dazu, nämlich einen, das habe ich auch lernen müssen, ein sogenanntes Wallet Chain. Man könnte auch sagen Portemonnaie-Kette. Also eine hochwertige Kette, mit der ihr euer bestes Stück irgendwie am Körper befestigen könnt und das mit dem Suffolk-to-Sally Anhänger und nur hier auf EMP.de. Aber die Hauptsache ist die Musik von Midgift am 14.03. losgehen, kaufen und begeistert sein. Macht's gut und habt viel Spaß, Erik für Spaß.